Inge Meisel war eine deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin. Leben Schauspielerin in Theater und Fernsehen Die Tochter des deutschen jüdischen Kaufmanns Julius Meisel und seiner dänischen Frau Margarete Hansen wurde unehelich geboren, durch Heirat ihrer Eltern und Adoption durch ihren leiblichen Vater jedoch legitimiert. Sie beendete mit 17 Jahren vorzeitig die Schule und begann 1930 ihre Theaterkarriere in Zwickau, Berlin und Leipzig. Zum ersten Mal stand Inge Meisel im Alter von drei Jahren in der Oper Hänsel und Gretel als Engel auf der Bühne. Ihr Debüt gab sie 1930 in Zwickau in der Erstaufführung von Penzolz Etienne und Luise. Sie war zweimal verheiratet. Ihr erster Ehemann war der Schauspieler Helmut Rudolph und in zweiter Ehe war sie mit dem Regisseur John Olden verheiratet. In der Zeit von 1933 bis 1945 hatte Inge Meisel als «Halbjüdin» Auftrittsverbot. Ein religiöses Bekenntnis der Schauspielerin ist nicht dokumentiert. Meisel ging in die noch freie Stadt Danzig und arbeitete dort als Telefonistin und technische Zeichnerin. Inge Meisels Vater wurde enteignet und überlebte die Zeit bis 1945 in einem Kellerversteck, nachdem er durch Glück einem Deportationsversuch entgangen war. Reinhard Heydrich persönlich hatte seine Freilassung als Kriegsversehrter des Ersten Weltkrieges angeordnet. In der ersten Hamburger Theaterinszenierung nach dem Zweiten Weltkrieg spielte sie 1945 in der Sankt-Johanniskirche in Hugo von Hofmannstals Jedermann neben Ida Ehre und Werner Hinz. Im gleichen Jahr kam die 35-Jährige zu Willi Mertens' Anstalia-Theater in Hamburg. Hier wurde sie bald eine gefeierte Charakterdarstellerin. Ein großer Erfolg wurde 1952 die deutsche Erstaufführung Die tätowierte Rose von Tennessee Williams mit Ingrid André, Klaus Kammer und Wolfgang Wahl als Partner unter der Regie von Leo Mittler. Ihre Rollen in Meine beste Freundin von John van Druten spielte sie 1955 dann zudem am Theater am Kurfürstendamm in Berlin unter der Regie von Eric Ode mit Alice Treff und Harald Juncker als Partner und 1955 begeisterte sie in die Heiratsvermittlerin von Thornton Wilder zunächst an den städtischen Bühnenessen und danach mit Hans Lothar als Partner auch in Hamburg. 1957 wurden drei Theaterinszenierungen mit ihr und Kollegen wie Ernst Schröder, Brigitte Grothum, Ingeborg Körner, Horst Keitel und Jan Hendricks im Rahmen deutschen Kulturaustausches auf Tournee nach Südamerika geschickt. Da ihr Lebensgefährte, der Regisseur John Olden, sie begleiten wollte, waren sie genötigt, kurz vor Reisebeginn zu heiraten. Die Uraufführung des Berliner Volksstückes Das Fenster zum Flur von Horst Pillau und Kurt Flatow am 20. Januar 1960 am Heppeltheater Berlin machte sie zum Theaterstar. Diese Rolle, die die Starkomikerin Grete Weiser abgelehnt hatte, brachte ihr den Beinamen »Mutter der Nation« ein. Sie spielte die Rolle der Portierfrau Annie Wiesner auch 1961 in der Verfilmung Ihr schönster Tag jeweils mit Rudolf Platte. Bundesweit bekannt wurde sie vor allem in der Rolle der Käthe Scholz in der Fernsehreihe »Die Unverbesserlichen«, die von 1965 bis 1971 einmal jährlich am Muttertag ausgestrahlt wurde. In zwei Vorabendserien der 60er Jahre, Gertrud Stranitzky und Ida Rogalski, spielte sie weiterhin das Rollenfach einer Mutter mit Alltagsproblemen. In den 1970er Jahren spielte sie unentwegt Theater und hatte 1974 mit der Titelrolle in Rolf Hochhuts Bühnenstück »Die Hebamme« unter der Regie von Wolfgang Spier am Theater am Kurfürstendamm Berlin erneut einen Erfolg. Ein Theatererfolg wurde 1980 am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg ihre Darstellung einer bösen, intriganten und harten Frau in Maxim Gorkis Drama Wasser Schelesnowa unter der Regie von Karl Parühler. Mit dem Stück ging sie auch auf Theater-Tournee und es wurde fürs Fernsehen aufgezeichnet. Ihre letzte Theaterrolle in »Teures Glück« spielte sie zwischen 1985 und 1996 über 800 Mal auf Tournee und Gastspielen. Zu Beginn der 1980er Jahre spielte sie in »Der rote Strumpf« unter der Regie von Wolfgang Tummler nochmals eine Hauptrolle in einem Film. Von 1982 bis 1991 spielte sie in der komödiantischen Krimireihe MRs. Harris »Die Putzfrau« Ada Harris. Sie spielte ab den 1990er Jahren zunehmend auch unsympathische oder wieder borstige alte Frauen. Das damals erstmals in einer breiteren Öffentlichkeit diskutierte Thema der Demenz prägte einige ihrer letzten Rollen, so auch in einigen Folgen der ARD-Krimireihe Polizeiruf 110. Seit 1945 war sie auch als Hörspielsprecherin tätig, vorwiegend für den NWDR Hamburg bzw. ab 1956 für dessen Rechtsnachfolger, den NDR. Gesellschaftspolitisches Engagement Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte Inge Meisel 1925 mit einer Rede gegen die Todesstrafe auf einer Kundgebung der Berliner Jungdemokraten. Auch an Protesten gegen den Paragrafen 218 beteiligte sie sich bereits in dieser Zeit. Ende der 20er Jahre wechselte sie zu den Jungsozialisten. Die Jungdemokraten, Burmeister, Lilo Linke und andere, das war mein Freundeskreis. Aber politisch gehörte ich zu den Jungsozialisten. Meisel war außerdem eine «bekennende» Naturistin. 1972 unterstützte sie den Wahlkampf von Willy Brandt und 1978 gehörte sie neben Alice Schwarzer und acht weiteren Frauen zu den Klägerinnen im sogenannten «Sexismusprozess» gegen den Stern. 1981 lehnte sie das Bundesverdienstkreuz ab, weil es keinen Orden wert sei, dass jemand sein Leben anständig gelebt hat. Den Kampf gegen Aids unterstützte sie durch mehrere Auftritte bei Benefizveranstaltungen. Das, wie auch ihre offene und direkte Art, machte sie bei Schwulen und Lesben beliebt. Im Januar 1987 sprach sie in einem Interview in der Emma über ihre gleichgeschlechtliche Erfahrung. Männer waren gestrichen, bis 21. Aber da hatte ich schon längst eine Liebesbeziehung zu einer Frau. Mit einer Kollegin. Ich glaube, dass viele Frauen merken, dass ihr Zärtlichkeitsbedürfnis durch eine Frau besser ausgefüllt wird. Dies war jedoch nicht die erste Wortmeldung zu dem Thema, denn schon 1975 sprach sie in einer Theater-Talkshow nach dem Format des «Heißen Stuhls» im Hamburger Malersaal über ihr gleichgeschlechtliches Erlebnis. In die Schlagzeilen und somit in eine breitere Öffentlichkeit kam es aber erst ab den 1990ern. 1995 outete sie unfreiwillig den damaligen Tagesschausprecher Wilhelm Wieben, indem sie in einem Interview mit dem Stern erklärte. Eigentlich habe ich nur schwule Freunde. Ich verreise zum Beispiel gerne mit Wilhelm Wieben. Er verrübelte Meisel dies allerdings nicht und stimmte gegenüber dem Stern einer Veröffentlichung der Interviewpassage ausdrücklich zu. Vier Jahre zuvor trat sie als prominentes Mitglied für die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben in Erscheinung. Politisch setzte sie sich jahrzehntelang für die SPD ein, später auch für die ehemalige Bundestagsabgeordnete Angela Marquardt, die sie finanziell beim Studium unterstützte. Letzte Jahre der «erbitterte Kampf» gegen die Erhöhung eines Deiches zum Hochwasserschutz vor ihrem Haus machte ab 1999 Schlagzeilen, da ihr damit der Blick auf die Elbe verbaut würde. Der quirligen Seniorin soll ein Deich vor ihren Luxusbungalow mit Panoramablick zur Elbe gesetzt werden, womit sie nicht einverstanden war. Nach ihrem Tod entschied das niedersächsische Oberverwaltungsgericht 2011, dass die Deicherhöhung rechtmäßig ist. Inge Meisel litt offenbar seit 2003 an Altersdemenz, spielte aber noch im Frühjahr 2003 in einer Folge von Polizeiruf 110 mit, wo sie mit 92 Jahren die hochbetagte Resolute, Oma Kampnagel, darstellte. Ende April 2004 zog sie sich einen komplizierten Trümmerbruch des rechten Oberschenkels zu, der in einer Notoperation mit einem Hüftgelenksmarknagel stabilisiert wurde. Inge Meisel starb am 10. Juli 2004 in ihrem Haus im Bullenhausen der niedersächsischen Gemeinde Seevetal. Ihre Urne wurde am 23. Juli 2004 in Hamburg auf dem Friedhof Ohlsdorf neben ihrem 1965 verstorbenen Ehemann John Olden beigesetzt. Ehrungen im Jahr 1975 erhielt Inge Meisel vom Berliner regierenden Bürgermeister Klaus Schütz als Anerkennung ihrer Leistungen eine wertvolle Porzellanschale aus der königlichen Porzellanmanufaktur Berlin. Einige Jahre später, 1991 überreichte man ihr die Ernst-Reuter-Plakette. Am langjährigen Wohnhaus der Schauspielerin in Berlin-Schöneberg, Heilstraße 29, ließ der Senat von Berlin am 10. Juli 2014 eine Berliner Gedenktafel anbringen. Auszeichnungen von 1961 bis 1972, elfmal den Bravo-Otto-Publikumspreis der Jugendzeitschrift Bravo 1965 und 1999, goldene Kamera 1966, goldener Bildschirm 1966 und 1967, silberner Bildschirm 1968 von 1970 bis 1973, 1990, sechsmal den Bambi, Medienpreis der Hubert-Burder Medien 1975, 76, goldener Vorhang des Berliner Theaterclubs Die Hebamme 1981, Bundesverdienstkreuz 1985, silbernes Blatt der Dramatikerunion 1990, Hamburger Medaille für Kunst und Wissenschaft 1991, Ernst-Reuter-Plakette in Silber der Stadt Berlin 1995, Telestar-Sonderpreis für das Lebenswerk 2000, Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises Beugobert-Preis, Ehrenmaske mit Brillanten